Musst du Hallo sagen? Nein, nein, nein. Mein Name ist Stefan Serra. Ich bin Inhaber von Lasertattoo, graviere seit 2007 mit Lasermaschinen. Lasertattoo selbst gibt es seit 2009 als Firma und gravieren mittlerweile rund 90.000 unterschiedliche Artikel pro Jahr. Wir verkaufen unsere Artikel in erster Linie innerhalb Deutschlands, sehr viel Österreich, europäisches Ausland und haben Vertragskunden, für die wir die Lasergravuren übernehmen, die europaweit ihre Artikel verkaufen. Ich habe mich damals für Drohtec entschieden, weil wir eine hochwertige Lasergravur auf hochwertigen Produkten realisieren und entsprechend auch hochwertige Maschinenmaterialien benötigen, um effizient und permanent ein sehr hohes Niveau an Gravuren halten zu können. Mich begeistert am meisten am neuen Speedmarker die Bearbeitungsgeschwindigkeit und das Erstellen von einfachen Arbeitsabläufen. In erster Linie ist eben die organischen Sachen wie Holz und Schiefer, Kork, die klassischen Merchandiser Artikel. In erster Linie realisieren wir hier Holzkravuren durch die schnelle Bearbeitungszeit, Frühstücksbrettchen, viele Holzwürfel, man kann mit Schablonen arbeiten oder mehrere Produkte in die Maschine legen, welche dann nacheinander abgearbeitet werden. Speedmarker Software, die Seriendateiverarbeitung, man kann fortlaufende Nummern ohne großen Aufwand erstellen, man kann Textdateien mit Namen einlesen und entsprechend dann mit jedem Arbeitsschritt automatisiert unterschiedliche Art und Namen auf Frühstücksbrettchen oder Thermoskannen, Becher gravieren und das Ganze einfach und unkompliziert durch eine Seriendatei, die mit zwei Klicks erstellt ist. Am schönsten gefällt mir die Gravur beim CL auf einem Frühstücksbrettchen. Nein, auf dem Holzwürfel. Ich kann mich nur entscheiden. Am schönsten... Eigentlich sind alle Gravuren schön vom CL. ... ... ...